Yo Leute, was geht ab? Wir haben am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Was heißt die neue Folge? Das ist die erste Folge. Aber Leute, wir gucken uns heute Minecraft Mobs einfach in Cursed Real Life an. Und ihr denkt euch jetzt... Was, Bruder? Wir sehen halt gleich einfach nur Minecraft Mobs, wie sie halt in Minecraft aussehen. Und dann halt in Cursed Real Life. Und das ist halt... Ich schwör auf alles. Es macht einem Angst. Deswegen, Revi, du hast heute nämlich mit dabei. Was geht? Ich hab nicht zugehört. Ich hab einfach mal im Hut gespielt. Perfekt. Auf jeden Fall, Leute. Wir starten direkt rein. Und lasst den Daumen nach oben da. Schaut gerne. Ach du komm. Junge, hallo! Wir starten rein, Leute. Lasst den Daumen nach oben da. Let's go. Oh, yo. Was ist das? Aus der Spinne halt, ne? Delfin. Oh, yo! Alter! Oh mein Gott, Bro. Was? Weißt du, was krass ist? Das ist einfach mein Zimmer. Junge, schau auf, wo du so Teile im Garten. Das sind... Also, es ist Schnee. Ich würde... Oh mein Gott! Lukas, ich glaube nicht, dass dich das Video irgendwer zu Ende anschaut. Das ist zu gruselig. Es ist übergruselig. Junge, what the fuck? Was guckt dich mir hier an? Oh, ein Gast. Oh, ein Gast. Junge, what the fuck? Was? Was? Alter, Junge, das ist ja so wirklich... Okay, Moment mal. Warte, 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 warte. Ist das Trimax als Opa? Digga, das ist ein Real-Life-Iron-Golem. Das ist Trimax einfach als Opa. Und da auf seinem Schoß ist Romatra. Alter, ist das zerstört. Yo. Und erst recht das Schild. Aufpassen, die Pferde beißen. Nein, das heißt Kaution, die Pferde beißen. Du musst den Pferden die Kaution übergeben. Du kannst wirklich keinen Spar nicht. Okay. Eine Katze. Oh, Digga, oh nee, oh nee, weiß ich nicht. Mmh, ganz schlimm, Katzen. Nee, 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 nee. Eine Hexe. Das ist nice. Digga. Yo, was ist das, Mann? Eine Biene? Okay, das ist jetzt eigentlich... Nee, warte mal, das war eigentlich saudumm. Da waren sauviele Bienen. Ein Zombie? Boah, Digga, ist es... Alter, guck mal, wie viele... Was sind das für Bilder, Junge? Oh, so viele Löcher. Das war... Digga, das hat ja wohl wirklich nichts mehr damit zu tun. Es ist ganz klar, Thomas, die Lokomotive. Papagei. Papagei, grusel... Okay, alles klar, ich sag nichts. Oh, Digga, nee, komm. Nee, komm, also wirklich. Das ist respektlos. Das ist einfach nur respektlos. Dass du meine alten Frau wirklich ein Schwert gibst, um sich zu... Also, nee, tut mir leid. Das ist asozial. Ich lache auch nicht darüber, sondern... Ja. Ein Hase halt, ne, warst du... Oh, what the fuck? Junge, was ist denn das? Lukas, wo hast du da rausgegangen? Was machen die da mitten im Rhein, Alter? Digga, das... Oh mein Gott, warst du noch nie in Köln? Nein, ich hab noch nie einen Hasen im Rhein gesehen. Nicht so einen Hasen. Creeper? Ähm... Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, to be honest. Ich meine, das ist halt eine Propangasflasche, ne? Also... Er zündet das ein. Und guck mal. Sein Sohn, Digga, hält sich die Ohren zu. Ich denk mal, ich denk mal, das ist das einzige, was er machen muss, sich die Ohren zu halten. Die Explosion, nur die Ohren zu halten, das passt. Wie entspannt die beiden da auch sind. Oh mein Gott, warte mal. Sind das Personen? Nee, Zombie-Pigman ist der Nether da unten. Ist halt zugefroren. What? Okay, eine Schülkröne kann nicht gruselig sein. Ist das der Pimmel? Ein Eisbär. Für Fortnite. Ganz ehrlich, viel gruseliger ist der Junge links. Okay, weiter geht's. Lukas, ich wollte heute Nacht eigentlich wirklich noch schlafen. Im besten Falle... Okay, ganz ehrlich, wenn ich das aus der Straße sehen würde. Also angenommen, man geht jetzt der Straße entlang und sieht sowas, ja? Ja. Würdest du mit oder ohne Kondom rein? Sei ehrlich. Sag's jetzt. Wir machen jetzt weiter, Mann. Die Spinne ist 28. Mit oder ohne? Mit. Krankes Schwein, du willst doch Spinnenkinder haben. Jo. Hello, little lady. Sexy. Ich hab'n Geist-Fetisch. Oh, ne, nicht wieder. Digga, was ist das? Chili. Hast du ein Skorpion? Trimax? Das, also, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, weiß ich nicht. Zombie? Ja, ist auch okay. Aber, ey, denkst du, dass es ein Real-Life-Bilder ist? Äh, ich denk' mal, dass es einfach ne vergammelte Person ist, ja. Mit offenen Augen, die in die Kamera guckt. Das seh' ich genauso, Digga. Wolf? Jo. Das ist ne Schlange. Mit 1010. Was ist das? Ich glaube, das ist so ne Art Dildo. Ja. Okay, ganz ehrlich, deshalb bin ich Vegetarier. Das macht halt schon Angst, Leute. Okay, Zombie-Pigman. Das ist so klassisch aus irgendeinem Horrorfilm. Safe Call. Meinst du? Safe Call aus irgendeinem Horrorfilm, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Kindergärtner so aussah. Junge, Riemi, halt, du warst voll, Mann. Zombie? Baby-Zombie? Yo. Okay, ganz ehrlich, würde ich besiegen. Villager. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, Bro. Was? Oh mein Gott. Okay, das ist echt creepy, Digga. Das ist wirklich creepy. Was ist das? Nein, nein, Lukas, Lukas. Nein, ey, Bro, können wir aufhören, das Video zu gucken? No joke. Alles bis dato in Ordnung. Sag mal, das geht zu weit. Weiter, weiter, weiter. Der hält eine andere Nacht in der Hand. Okay, okay. Das hat nicht mal ansatzweise was mit dem Hut zu tun. Doch, siehst du nicht, hier sind Federn. Garst, nochmal. Ganz ehrlich? Finde ich nice. Digga, das sieht super verstörend aus. Weiß ich. Also wirklich, wer sowas malt, der ist doch... Da musst du aufpassen. Corona. Oh, ne? Boah. Gut, dass die da unten was zensiert haben, Alter. Ich stelle dir vor, ihr macht das Fenster nachts auf und das Ding steht vor euch. Ja, was machst du dann? Ganz ehrlich, die erste Reaktion ist doch, dass du da drauf schlägst. Ich würde schreien. Du musst doch da drauf schlagen. Ich schreie nicht. Ach, sieh mal vor deinem Fenster, die schlägst du drauf. Es ist egal, ob die Polizei ist. Du musst morgen untersuchungshaft. Wie schreit ihr mit dir nicht schweigen? Mit mir kann man sich gut gruseln. Fag mich nicht ab. Achtung. Nochmal der. Yo. Oh, okay. Laiga. Ja, ja, klar. Boah. Das ist eigentlich eine ganz normale Kur, aber man kriegt so Angst wegen der. Was ist das? Oktopus. Nee, ich glaube, es ist eine Ente. Ja. Oh, Digga. Boah, mach weiter, Digga. Ich kriege Angst. Nein, stopp, 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 stopp. Die Story dahinter ist folgende. Ein Sandtyp hat den anderen Sandtypen in den Mund. Pass mal auf. Junge, das Video muss werbefreundlich sein. Alter, ein ***, Mann. Safe ist das Video mit diesen gestörten Bildern Werbe. Aber, wenn ich so Leute sehe, weißt du, was ich mir denke? Das ist einfach, wenn man LSD genommen hat. Warum ist die Kuh rot, Junge? Silberfisch. Gibt es eigentlich wirklich Silberfische? Ja, ne? Doch, doch. Ich kenne die sogar. Ja, gibt es weiter. Tschüss, wie das aussieht, Leute. Okay, wieder Zombies geht, ey. Boah. Ich komme gerade vor wie in einem Horrorfilm. Und das ist aus... What the fuck? Das ist aus einem Film Ghostbusters. Boah. Boah, woher kenne ich den? Like das Walking Dead? Nee, Real Talk aus irgendeinem Film. Boah. Was ist das? So ein großer Mund. Oh mein Gott, was ist das? Das, äh... Ach ja, ein Pferd. Wer kennt es nicht? Pferde sehen ja so aus. Die haben ja zwei Hände. Haben wir eben schon gesehen. Das ist ein ganz wahres Bild, oder? Ich weiß nicht. Meinst du, das tut weh? Wir reden nicht weiter darüber. Weiter. Hat der Stacheln im Mund? Was? Einfach Arkani, wenn er morgens aufwacht. Das war's gut. Ah. Schillig. Ne Kabine. Kabine. Ja. Mhm. Ein Lachs. Boah. Shit. Nice. Nächster Angelcamp wird geil, wenn wir den aussetzen. Mhm. Mhm. Ah. Die gibt's wirklich, die Fische. Den übrigens auch. Okay, Leute, komm. Das war's mit den Bildern. Wir machen jetzt noch ein letztes Video. Ne, machen wir nicht. Doch. Headphone User Warning. Lower your sound. Also, dreht euren Sound auf, Leute. Böse Bienen? Digga, was ist das für ein Nether-Portal? Das ist ein Chicken. Okay. Digga, einfach meinen Körper als Steve, Mann. Verdammt, Mann. Weißt du was, wie bei deinem Körper sind die Titten? Äh. Ah, Alvive. Alvive. Digga. Oh. Oh, das bin ich. Was mit den beiden? Das ist, nee, das ist ein bisschen Trimax. Äh. Ganz ehrlich. Junge, was ist das? Lukas, können wir aufhören? Nein. Boah, das, Digga, das triggert einen richtig. Oh. Äh. Oh. Oh. Five Head. Yo. Einfach aus einer Beat. Das ist nicht Helal. Das ist nicht Helal, Digga. Einfach Tobi. Ähm. Ähm. Okay, ein Chicken Man. Einfach, einfach ein, äh, Ding. Ein Schweingulle. Ein Kisten-Creeper. Digga, die würde ich nicht aufmachen. Ah. Ein Tausendfüßler. Ah. Äh. Okay. Äh. 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 Ähm. Ja, 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 ja. Ich mache jetzt einfach meine Kamera aus. Ich habe vergessen, dass wir das Video aufgenommen haben. Schaut auf jeden Fall auch bei den originalen Videos vorbei. Ich bin raus. Wir sind raus. Schaut auch bei Revi vorbei. Finde ich nicht. Nee, lass das. Bis zum nächsten Mal.